Hallo und drücken meine Videos an zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir hier im Hintergrund schon auf dem Heilbronner Heizhausfest oder Dammblockfest, wie auch immer man sein möchte. Heute im Jahr 2017, heute müssten wir den, keine Ahnung wievielten Oktober, äh September haben. Heute ist der 10. September, Sonntag und hier geht ganz schön was ab und deswegen drücke ich euch einfach mal per Impressionszeit. und wünsche euch viel Spaß. Ich bin ein paar Mal auf dem Tisch. Ich bin ein paar Mal auf dem Tisch. Ich bin ein paar Mal auf dem Tisch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020